Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Minecraft Challenge. Wir verändern unsere Größe random. Ja, wir sind ja jetzt im Nether und ich habe einfach mal vorgesorgt. Ich habe mal noch ein bisschen was zu essen mitgenommen und Leitern für den Fall, dass wir wieder so klein werden. So, lass uns mal gut umscheinen, umschauen, was brauchen wir denn überhaupt? Wir brauchen Blaze Rods. Vielleicht sollten wir das Weg ein bisschen markieren. Hm, ne gut. Aber sonst brauchen wir einfach ein neues Nether Portal irgendwie. Das wird schon. Guck, was haben wir denn hier? Hallo Endermann. So, ich werde nicht mit heiligen Leben angreifen. Hallo. Warum hast du mich geholfen? Junge, ist doch schnell. Junge, ist doch schnell. Nein. Aus. 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 Dankeschön. Alter, also ich bin nicht so gut im PVP anscheinend. Okay, äh, ja. Wo finden wir am besten fest? Dann müssen wir uns umgucken, ne? Ah, kriegen wir schon hin. Was war das für ein Geräusch? Das habt ihr auch gerade gehört, oder? What was that? Magma Slimes. Oh mein Gott. Die Geräusche sind viel gruseliger als vorher. Oh. Oha. Oha. Okay. That's interesting. Oh Gott. Okay, wir wollen wieder größer. Eieiei. Ähm. Ja. Okay, wie kommt der jetzt rüber, ohne da runterzufallen? Alter, Junge. Okay, wir müssen da rüber. Ich habe aber kaum Blöcke. Ob das reicht? Oh, shit, Leute. Entschuldigung. Oh Gott. Wir haben's. Puh. Okay, okay. Oh Gott, hier ist immer da, aber. Geh, hier hoch, komm, hier hoch, hier hoch. Ach, warte, ich kann ja keine Trempfe hoch springen. Oh Gott. Geh weg, geh weg, geh weg. Magma Slimes. Auch ne scheiß hohe Range, ne? Uh. Alles sehr Lava-haltig hier. Ich sag's mal, wir werden mit uns einmal in Lava fallen. Ja. Ah, geiles Feuer. Danke dafür. Okay, wir sind jetzt mittlerweile wieder in einem normalen Biom. Ich bin fast tot. Na, wie man sieht. Hallo. Vielleicht finden wir hier irgendwas wie eine Nether Portress. Das wäre echt schön. Okay, halt. Wir schaffen locker rüber. Oder ein Gas. Der ist auch gut. In your face. Come on. Nether Stern, wir haben's mir gedacht. Haha. Oh nein. Oh, der zu sein, der ist einfach verbrannt. Hier unten fucking Lava ist. Äh. Wie kommen wir da runter? Okay, das war einfach. Was ist denn das denn noch hier? Natürlich ist er verbrannt. Was denn auch sonst? Oh, Manu. Wieso können wir da so Sterne überhaupt verbrennen? Oh. Noch ein neues Video oben. Hey. Oh. Ich wollte Gott schon sagen, werden wir denn gar nicht mehr groß? Alter. Junge. No way. No way. Oh, nö. Alter, ich hab das Ding noch nie gefunden. Oh, guck mal, wie klein die sind. Ich hab so ein Ding noch nie gefunden, ne? Wollte ich mir mal so sagen. Ich komme mir noch mal kurz zur Sache aus euren Kisten, wenn ich da dran komme. Ist das in Ordnung? Wie geil. Und Crossbow. Paketten. Bisschen Gold. Dies und jenes. Oh mein Gott. Was, ob ich auch Pfeile dafür? Nö. Dies und jenes. Arschkall. Junge. Was hat der Pegel in den Bitte? Es wäre geil, ob ich da rein kann, wenn... Wenn ich natürlich kleiner wäre. Also groß bringt mir das nichts. Also kriegt man trotzdem eine andere Größe. Oh. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich auch. Pfeile. Immer gern gesehen. Warte, Mama. Also die Pfeile jetzt davon nicht auch über zu riesig. Junge. Der arme Pickling. Den will ich nicht angreifen, sonst habe ich alle an der Backe. Was hat der noch? Ein Schwert. Fire Aspekt. Ja, nehm ich. Block of Iron. Goldene Karotten. Oh. Mein Essen geht ja bald aus. Ich nehme einfach mal die hier. Gold. Ist ein Steak. Auch gut. Wunderbar. Joa. Noch größer. Oh nein. Nein. Ich will doch da ran. Oh Mann. Oh Mann. Joge. Was soll ich denn mit dieser Größe? Ja, Kunden geht gut, ne? Hier. Ich stecke hier fest. Ich stecke hier fest. Gegen den Enderdrachen wäre das so praktisch. Wie ist er ausgerechnet jetzt? Ah. Oh Gott, nein. Okay. Ja, jetzt wird klein. Gott. Oh. Und bye. Oh Gott, so klein zu sein. Ja, ich habe jetzt Besitze, denn das ist ein Nebeneffekt, wenn man klein ist. Ansonsten stirbt man Heb Insel. Oh Leute, hi. Guck mal, jetzt sind wir Best Buddies. Wird du kein Foto mit mir? Komm her. Problem ist, er kann da hoch, aber ich nicht. Ja. Komm. Ist gut schon. Lame. Okay, gut. Dann lass uns mal gucken. Wie kommen wir denn? Man kann doch auch irgendwo rein, ne? Ah ja. Ja, hier. Hi. Dann versuchen wir mit dem großen Ding zu treffen. Ich hätte vielleicht zu laut sagen sollen. What? What? What the heck ist gerade passiert? Oh Gott, wir sind noch kleiner geworden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich kann nämlich immer noch treffen. Was haben die für ein Aim, Alter? Immer hier runter zu kommen. Dort Ewigkeiten, Mann. Wo gehe ich überhaupt hin? Hi. Oh Gott, ich weiß nicht, wie lange das braucht, um irgendwo runter zu fallen. Aua, aua, aua. Ach du bist das. Komm her. Ah, da, ich sehe, ich sehe diese Steine. Deutlich nicht immer ein gutes. Okay. Hä, wo sind wir denn, Alter? Das ist ja schlimm. Hi. Ja, doch. Oh, das ist es. Ach du Scheiße. Sah das schon immer so... Also, er hat mich rein generiert. Smite. Braucht keinen Mensch. Eine Axt mit Zirk. Ha. Goldene Karotten sind immer geil. Obsidian. Das ist gut, falls wir unser neues Portal machen müssen. Hm. Hm. Smite. Na. War erst mal hier schon gut. Hi. Ach du Scheiße, wie lange glaube ich hier jetzt auch so ist es? Oh no. Oh no, oh no. Das war gar keine gute Idee. Das war überhaupt keine gute Idee. Hm, hm, hm. Weiche Begriffe-Time. Oh Gott. Oh Gott. Ich könnte mich hier nicht hin verfolgen. Doch könnte... Oh no, 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 Ah, okay, hier ist auch noch eine Kiste. Schmeckt, schmeckt definitiv, schmeckt sehr gut, das zergeht auf der Zunge, ähm, warum alles nicht. Oh, oh, oh nein, oh nein, ich bin schon wieder so gut, oh, fuck, jetzt sind wir riesig. Eine Ewigkeit später. Oh, lol. Es ist jetzt echt Zeit vergangen. Wie ihr seht, haben wir endlich eine Fortress gefunden. Da kommt schon ein bisschen das Keletter angerannt. Hi! Ist egal, dass du auch hier bist. So, komm mal her. Au. Naja. Wie geht's euch denn so hier? Hm? Gut. Freut mich. Gebt mir eure Lohnroute. Oh, da haben wir eine, perfekt. Sehr gut. Into Fire. Eine haben wir. Jaja, ist ja gut. Meine Fresse. Ein paar mehr würden wir gut gebrauchen, falls wir ein paar mehr Ender-Augen brauchen. Na komm her. Dankeschön. Komm. Gib mir die Route. Vier Stück sollten reichen erstmal. Gut, dann lass uns erstmal wieder zurücklatschen. Ähm. in groß. In groß. Ja. Es ist manchmal schwerer als gedacht. Ja, Leute. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie ein platt gedrückter Wettgamer aussieht. ungefähr so. Ach, scheiße. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass jemand das auch kann. Ja. Ähm. Ich würde sagen, wir haben eigentlich alles. Ich würde sagen, jetzt geht's zurück zur Oberwelt. Ähm. Ähm. Wenn ich's hinkriege, ich ein Nether-Portal zu bauen. Oh. Pfff. Aua. Oh. Okay. Ja. Gut. So ist es natürlich einfacher. Ähm. Schwieriger ist es jetzt, nur durch das Portal zu kommen. Kannst du da bitte weggehen? Go away, alter. Irgendwie, irgendwie da durchs... Geh weg! Ich bin ja nicht geschlagen. Und hab ich ein dickes fettes Problem. Oh fuck, ich komm. Ich bin zu fett für das Nether-Portal. Oh no. Oh no. Oh. Äh. Ne, gut. Wir müssen kurz warten. Ah, gut. Scheintens werden wir wieder normal. Ähm. Ne, ja. Normal, ne? Auf geht's zurück. Ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Ich hoffe, wir war was Gute. Hm. Okay. Oh Gott. Wenn man so normal groß ist, ist es heute ungefähr normal groß. Na ja. Oh no. Ist das so merkwürdig. Oh Gott. Ja gut, ne? Okay. Oder auch nicht. Ähm. Ja. Da würde ich sagen. Kommt ich mir erstmal schon mal ein Auge. Und guck, wohin es mich führt. Nach da. Okay. Da laufen wir immer wieder nach da. Es muss doch mal bald hier kommen. Oh, cool. Oh, ein Korin. Wollte ich nicht. Was? Hier? Ja. Tatsache. Okay. Ähm. Ja. Zwischendurch hat sich meine Größe nochmal fünffach geändert und jetzt sind wir wieder an dieser Phase. Also die wiederholen sich irgendwann. Äh. Ich war mal kurz ab, bis der vielleicht wieder ein bisschen runter gegangen ist. Ab einer bestimmten Zeit muss man ja wirklich einfach nur noch warten. Das ist echt nervig ein bisschen. Ah. Dann würde ich sagen. Auch in die Schlacht. Oh. Tatsächlich auch. Okay. 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 I spy. Nice. Okay. Dann erkunden wir mal den Stronghold. Und hoffen. Oh no. Kennt ihr diesen Raum? Den habe ich benutzt. Äh. Bei uns in der Geisterbahn in der Minecraft-Stadt. Nämlich hier oben drüber. Und da ist eine Kiste. Das ist sehr schön. Eine Ender-Perle. Warum wir zwar nicht mehr? Aber okay. Ach ja. Scheiße. Na, come on. Okay. Hier ist noch eine Kiste. Gut. Das haben wir hier drin. Einen. Nein. Und Ende. Okay. Wieso nicht? Nehmen wir mit. Oh no. Oh no. Oh hello. Oh hello. Tschüssi. Sorry. Oh Gott. Ich vergriebe mich. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh no. Unser schwerter Schrott. Oh no. Oh no. Oh no. Als Sache ohne Besitz würde diese Folge gar nicht richtig existieren. Oh. Oh. Oha. Aber danke dafür. Okay. Also direkt zum Endportal gelockt. Das ist sehr erstaunlich. Oh nein. Oh nein. Auf. Okay. Okay. Ich würde sagen, ich störe die nicht. Ach scheiße. Ich komme hier nicht hoch. Ich bin zu klein. Nein. Das heißt, wir machen direkt 17. Wir gehen hier so hoch. Wollen jetzt spawnen ab. Und ab hier hoch. Und es fehlen drei Augen. Oh. Und wir haben vorhin noch eins gefunden. Oh lol. Okay. Hoffentlich geht das. Ich springe einfach auf den Enderaugen rum. Wie geil ist das denn? Es ist an. Es ist an. Boah. Das war eine ziemlich actionreiche Folge. Wollte ich schon sagen. Alles zusammenschneiden mache ich heute nicht mehr. Hm. Ja. Soll ich jetzt schon reinspringen? Oder warten wir es wie groß wäre? Ich würde sagen, für ein perfektes Endbild machen wir das hier. Ich hoffe, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Und bis zur nächsten Folge. Dann sehen wir uns im End. End.